Musik 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 Einen wunderschönen guten Abend zu der Harry-Olli-Impro-Show Brocki zu seiner Uraufführung Weltpremiere das erste Mal, dass das auf der Bühne gezeigt wird Ihr seht eine Bühne voll mit Rechvisiten Der Niki und ich sind gestern mit Brocki an der Hartbrücke gefahren und haben dort für wie viel das Ganze für den Wert 500 Stutz? Ja, wirklich Wir haben 500 Stutz eingekauft also wir durften einfach den Korb nehmen und alles reinkommen, was wir wollten und das bringen wir morgen wieder zurück außer jemand oder alle von euch mit der Abend finden das hat mich so inspiriert und den Teddy, der zum Beispiel kann ich so gebrauchen da kann man das Zeug nach der Show bei uns kaufen und wir werden das Geld morgen bei der Frau wieder abgeben also ihr könnt da quasi gerade noch den guten Zweck mit erfüllen Wir sind Harry Olli und wir machen ein improvisiertes Theater für die Leute, die es noch nie gesehen haben und nicht wissen, was das ist wir erfinden ein Theaterstück heute hier auf der Bühne inspiriert von euren Vorgaben am Anfang und von diesen Gegenständen die wir, also die Niki und die seit gestern kennen und der Rest seit heute Abend das heißt, alles, was heute Abend auf der Bühne passiert ist ungeschrieben passiert im Moment und decken wir uns gerade aus und wird es nur für euch heute Abend einmal geben und danach nie wieder Ja Habe ich noch was vergessen zu sagen? Okay, Simon, möchtest du es noch mal sagen? Ich stelle euch mal kurz alle vor Das ist Bernhard an der Gitzhache Das ist der Raphael, die Simone der Dave, der Niki ich bin der Gary und am Licht sind zwei Damen der Gregor und ich glaube, damit ist mein Teil durch es wird ein Stück weit ungefähr 70 Minuten dauern es wird keine Pause geben und wir freuen uns natürlich sehr danach mit euch auf die Premiere anzustossen dann gibt es eine kleine Überraschung für euch was könnte das wohl sein nach meiner Premiere? wären wir offeriert So, ich glaube ich bin du gemeint Genau, ich möchte euch vier da vorne in einer Reihe und zwar gibt es kein Brocki ohne einen Brocki-Verkäufer ein Mensch, der das Brocki belebt mit Leben, mit Wissen, mit Enthusiasmus und eines von den vier Leuten wird heute Abend unser Brocki-Verkäufer sein und das ist das erste Mal, wenn ihr entscheidet, wer von den vier möchtet ihr dann gerne als Brocki-Verkäufer sehen Ich werde nachher nach hinten durchlaufen und mit eurem Applaus wird dann bestimmt werden, wer von den vier wird uns heute Abend in sein Brocki einladen Gut, wenn ihr findet, wenn ihr findet, die Person soll Brocki-Verkäufer werden, dann klatscht jetzt! Wenn ihr findet, die Person soll Brocki-Verkäufer werden, dann klatscht jetzt! Und wenn ihr findet, die Person soll Brocki-Verkäufer werden, dann klatscht jetzt! Wenn ihr findet, die Person soll Brocki-Verkäufer werden, dann klatscht jetzt! Und wenn ihr findet, die Person soll Brocki-Verkäufer werden, dann klatscht jetzt! Es ist eine offensive Entscheidung für den Italien! Der Dave wird heute Abend unser Brochiff-Käufer sein und damit der Dave auch inspiriert ist, hätte ich gerne einmal einen Namen. Wie heisst unser Brochiff-Käufer? Edgar! Edgar! Und wie alt ist der Edgar? Rühe 50! Und er hat einen ganz speziellen Charakter-Eigenschaft. Ein Lisbeth. Er hat ein bisschen Charakter-Eigenschaft. Er hat einen Sprachtfeller und setzt etwas Schönes noch, irgendetwas, das ihn auszeichnet. Er ist ein romantiker. Er ist ein romantiker. Ich hätte auch gerne etwas. Das ist ja jetzt in Edgar, sie ist Brocki und ein Gegenstand in Brocki ist dem Edgar persönlich ganz, ganz wichtig. Der Gartenzweig. Der Gartenzweig. Der Gartenzweig. Und warum ist der in Edgar ganz wichtig? Der Oma. Weil er verliert. Warum ist der in Edgar ganz wichtig? Weil er ihn liebt. Weil er ihn liebst. Er ist aus dem Garten von seiner Geliebten. Und ist er mit ihr zusammen? Nein. Manchmal. Nein. 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 Okay, jetzt kommt er an Edgar, sie ist Brocki. Nein. 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 Also, von aussen betrachtet ist er mit Edgar sein Brocki nicht besonders schön. Es ist ein bisschen runtergekommen. Aber oben hat es ein Schild über der Tür. Rund steht im alten Buchstaben Edgars Brockenhaus. Die Tür hier ist eine alte, alte massive Tür und sie hat so einen massiven, eisen, ganz grossen, geschwungenen Knau. Wenn man ihn öffnet, dann knallt sie und man kommt in ein ganz enges, dickiges Räumchen. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man in den Wänden überall so kleine Verschnitzungen und Verzierungen, die zum Teil noch lieben vor mit einem Stift nahezogen worden sind. Was macht der Edgar nämlich, wenn jemand im Laden liegt? Und man kann neben der Tür hat es so fein stehen, wenn die verstaut sind und nie geputzt werden vom Edgar. Und man kann knapp noch reinschauen, wenn es dieses Licht hat und zu schnell. Da in der Mitte hat es ein Lampenschirm, so ganzen langweiligen Eindlichkeiten. Da kann man einfach so, jetzt hier, dann ist das die einzige Erdquelle. Und wenn das Licht leuchtet, dann sieht man die Staubwolke, dann sieht man die Staubwolke durchzieht. Vor allem, weil wenig Tageslicht reinkommt, weil die Fenster so schlecht geputzt sind. Und wenn man schmückt, dann schmückt man so ein bisschen schmuddelig, aber so eine schmuddelige, die angenehm ist. Und zwar eine schmuddelige, die so erzählt, dass da Ihnen ganz viele Geschichten erzählt werden. Und da hinten ist der Durchgang in einem nächsten Hinterraum, wo aber nur der Verkäufer anhand darf. Und da, das ist ihm Edgar seine Kasse. Ihr habt schon seinen Vater gehört, der hat jetzt auch Edgar. Das heisst, der Moki hat eine ganz lange, lange Tradition. Leider hat Edgar noch kein Kind, noch kein Kleiner Edgar, der das Ganze übernommen kann. Edgar! Ja! 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 Vielen Dank. Hey, jetzt geht er an das Haus. Alles klar? Alles klar. Wir haben das Wetter geschafft. Ja, natürlich. Du, bekommst du jetzt auch ihren Matsch? Ach nee, du, heute erkenne ich mich. Habe ich ein bisschen... Habe ich schon... Freigehalten, weisst du? Ja, heute spielen wir Gag. Gag werden zu viel, oder? Wenn wir zu viel, habe ich so schlechte Erinnerungen. Ich brauche noch einen Pokal. Ja, du bekommst doch keinen Pokal. Du willst den ja einen. Aber du, du spielst nicht gut. Du bist doch ein alter Träumer. Du willst mich erwinnen. Aber... Hä? Hä? Du willst dich mit dem Pokal, weisst du? Du willst wirklich dich mit dem Pokal? Nein, nein, nein. Ich brauche etwas für heute Abend. Es muss nicht nur mit dem Pokal sein. Aber etwas, was wir in einer Werbung spielen. Weisst du, wie so ein Toastgeschenk. Etwas, was man immer mitgibt. Irgendwie so... Ich habe nun die... Hast du ja schon so altes Stück da? So seich, oder? Aber das könnte ich doch nicht anfangen, damit... Naja, das... Gummischniezer sind doch immer gut bei dieser Jahrezeit. Nicht? Das ist eine gute Idee. Ja, ja. Super, oder? Du müsstest vielleicht noch wissen... Das sind sowieso so Raubschuhe. Da können wir hier so Gummistiebe gehen. Die kamen... Die sind einmal an... Wo hast du denn? Ja, die haben einen... Auf einem... Chemiewerk. Die sind gleich ein bisschen verteucht. Ich möchte nicht... Ich möchte nicht... Ich möchte nicht, dass du da arbeiten gehst. Was ist denn... Was ist denn... Wenn es explodiert? Oder ein Säure-Tank ausläuft? Hör mal, es braucht Chemiewerk. Wofür noch das Chemiewerk? Stell dir mal vor, du wirst krank. Und dann... Was willst du? Homöopathische Küchenchen fressen? Die Menschen haben... Haben 20.000, 30.000 Jahre überlegt... Ohne Chemiewerk. Danke. Hör zu. Weisst du, was sie sich nie wegen der Natur antut? Ich auch nicht. Zehn Jahre lang studiert, um zuhause am Herd zu sitzen. Du sollst doch nicht zuhause am Herd sitzen. Ich möchte einfach nur, dass wir zusammen... Dass wir zusammen die Welt ein bisschen besser machen. Weisst du, schöner... Für unser Kind. Ich möchte nicht, dass wenn unser Kind krank wird. Unser Kind wird doch krank, natürlich, weil du einen Chemiewerk bekommst. Was? Was? Unsere Ausstärkungen... Die Strahlen... Und... Und der BH-Warellung... Auswirkungen auf das Kind. Du hast wirklich keine Ahnung von Chemiewerk. Ich weiss, dass es nicht gut ist. Hör zu. Irgendwer muss das Geld ja heimbringen, okay? Währenddem du irgendwie Bäumen stimmen gehen, kann ich arbeiten seit zehn Jahren? Ich weiss wirklich nicht, ob ich... auf dieser Grundlage mit dir eine Familie gründen kann. Jetzt ist es schon zu spart. Ich glaube, man muss... Man muss Prinzipien setzen in dieser Welt. Wenn wir nicht anfangen, sie zu verbessern, wer macht das dann? Ich verbessere die Welt. Mit Chemie. Mit Atom, Neumolekügel und... PH-Warell. Ist dir dieser Job... Ist diese Fabrik... ... dieser belöhnende Atom... ... wichtiger als ich? Du bestehst auch als Atom. Scheiße! Ich verstehe sicher nicht aus Atomen! Ich verstehe aus Haut und Blut und keine Seele! Aus was für Atomen besteht deine Seele? Ich liebe dich, aber wenn du... ... wenn du die Atome mehr liebst als meine Seele... ... ... ... Jeder Baum, den ich da bestimmen gehe, hat eine Seele. Und das spüre ich. Auch ohne P.H.M.S. gerett. Ich spüre das. An deiner Seele zweifel ich mir mein Recht. Was? Ja? Ich muss geschaut werden. Gleich bin ich dann nicht mehr da. Die sind immer noch so ein bisschen... ... das ist eine Süchte jetzt so groß. Davon genau weite ich das nicht. So genau weite ich das nicht, aber... ... könnte schon sein. Aber Rudi, ich glaube, dass... Das ist super, das ist super! Das ist genau Merzspiel, du Rumpfspiel! Das ist das, ich gehe weit! Jetzt wird's gut. Du doch jetzt nicht so humorlos! Rudi, weisst du, warum ich heute nicht kommen kann? Warum, Agi? Hey, ich habe ein Bleibdikt. Ja, im Internet habe ich... Was? Mit wem? Auf dem Internet nenne ich dich Jane. Jane? Von Russland? Oder woher ist sie? Nein! Nein! Von der Schweiz! Was sagt sie zu uns? Epco, Epco! Du hast doch schon von uns an das Date kam! Weisst du noch? Ja, aber das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her! Das ist doch... Nichtrepräsentativ! Ja, 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 ja! Geht mal wie schön, die wird sich als... Gott Freyla! Oder wie ist das? Ja, Gott Freyla! Und ich würde sagen... Ja, ich habe dir auch einen scheiß Namen! Gott Freyla! Hör mal auf! Ich habe gedacht, vielleicht sagst du mir ein bisschen... Rudi, gib mir mal ein bisschen... Unterstütz mich mal! Du weißt, ich such schon lange und... Ich... 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 Ich habe Mühe, mich neu zu öffnen und... Ich wäre auch froh, wenn du mich ein bisschen unterstützen könntest. Was red's doch? Ich muss doch mal reden, bis er in der Altigkeit wird. Meine Haltung ist doch toll! Du weißt, du hast irgendwie ein bisschen... Du weißt, du hast einen Hut oder so? Ja! Moderner Hut! Du weißt... Du weißt... Zieh den mal! Zieh den mal! Zieh den mal! Zieh den mal! Ach komm! Weg! Ich bin doch zu klein! Ah, zieh! Also... Gut... Ja ich bin scheiße auch! Da hast du ja aber echt gekauft! Du willst das, ich habe... Sag jetzt mal eh. Guck mal! T- Hey, jetzt... Jetzt schau ich mich voran. Das ist echt gut! Du siehst eigentlich gut aus eigentlich. Dankeschön... Ich soll mich verstehen. Eigentlich siehst scheiße aus. Nein, nein... Also... Du machst alles, wenn du uns doch nicht. Ja, als woher der Hut kommt, der kommt nach See-Amerika, von einem Gitarre hoch. Hey, wie ist das so schön, ist das so schön? Hey, du kannst dich aufzuhören, zu meinen Schroen! Mende den Guglisch, mit der Gara! Mende den Guglisch, mit der Gara! Mende den Guglisch, mit der Gara! Entendet? Der kleine, der kleine Petro, der war jetzt 16 Jahre alt, war von zu Hause weggerlaufen, denn der Petro hat geliebt, 15, hat sich Petro unsterblich in Maria verliebt. Maria war eine leidenschaftliche Frau, sie haben Liebe gemacht die ganze Nacht. Zehn Morgen später gab es einen kleinen Petro. Aber für die Familie war das unertragbar, für Maria war das unertragbar. Maria rannte weg, Petro rannte weg. Nun ist er hier in der Straße von Buenos Aires, spielt seine Gitarre und träumt und hofft, den kleinen Petro wiederzusehen. Wenn ich doch nur besser spielen könnte, die Gitarre. Aber ja, ein wunderschönes Lied, das er für seinen Sohn geschrieben hat. Das ist ein Wunderschönes Lied, das ist ein Wunderschönes Lied. Das ist ein Wunderschönes Lied, das ist ein Wunderschönes Lied, das ist ein Wunderschönes Lied. Das ist ein Wunderschönes Lied, das ist ein Wunderschönes Lied. Okay, Es ist ein Wunderschönes Lied. Wunderschönes Lied, das ist ein Wunderschönes Lied und Schade. Fertig ہیں eine Gitarre, die Panic ist. Nein, nein, ich möchte zuhören. Spiel deine Lied. Nein, ich stehe neben mir. Ich stehe neben mir. Weißt du meinen Namen? Sie hat den ihr Namen. Ich stehe neben mir. Ich stehe neben mir. Ja. Ich stehe neben mir. Ich habe dieses Lied extra von dir verschrieben. Papa, mein Sohn, wenn ich mir gerne habe. Und er mich nicht kennt. Ich möchte dich kennenlernen. Wo bist du gewesen? Auf der Straße. Mama. Ich habe gespielt. Immer wieder dein Lied. Und wie du essen bekommst. Und mich jenen, wann einmal zu sein kannst. Und jetzt ist der Tag gekommen. Und ich bin sehr glücklich. Ich auch. Und jetzt ist es nochmal. Der hier gemacht in der Schweiz. Er hat gesagt, sie brauchen den nicht mehr. Füße. Jetzt geht's. Dann musst du mir unbedingt da zu sein. Das ist so eine gute Geschichte. Kannst du erzählen? Das ist so eine Eingangsgeschichte. Da hast du gerade Eindruck stimmt. Servus. Guten Tag. Servus. Ja. Daumen Sie sich noch rum. Danke. Ist der Spiel rum? Ja. Suchen Sie was Bestimmtes? Ein Geschenk. Aha. Ein spezielles Geschenk? Ein Geschenk für meine Frau. Ah. Schön. Ein spezielles Geschenk für deine Frau? Zum Hochzeitstag. Oh. Gratuliere. Danke. Wie fit denn? Zwölf Runde. Ja. Bis durch. Bis durch. Bis durch. Ja gut. Ähm. Sie haben ja nur Knunder. Alles Knunder. Knunder. Äh. Das ist noch gut da. Das wird doch noch zu Ihrer Frau passen. Äh. Woher kennen Sie meine Frau? Ja. Ja. Sie sehen das auch nicht gerade aus. Das würde ja auch so zu einer gerade Regie nicht passen. Jetzt haben Sie es ja angefasst. Jetzt verliessen Sie. Ja. Ja. Ich brauche was. Ich brauche was echt Schweizerisches. Aha. Wir hätten hier. Ja. 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 Aber im Zweiten Weltkrieg gedient. Äh. Turbulente Geschichten. Oh. Das ist sie. Ja. Die ist vom Deutschen. Ne. Die ist aus der Schweiz. Ja. Ja. Die ähm. Ja. Ich brauche. Ich beriere Sie nicht. Wollen Sie mal heraus eine Kette machen? Ja. Aber wer hat der Herr? Das wäre schon ein bisschen schade, wenn Sie wissen, woher das gute Stück kommt und ich... Was hat Sie denn hier aufgemacht? Boah! Aaaaaaa. Can I die an? Facke! Das hat die hier endlich auch gemacht! Nein, der Dumpel hat's abgeschlossen! Sag mir die Scheiße! Sag mir, ich klau mich hin und sie auf! Mensch, du Scheiße! Shit! Mein Gott! Ich kann sie hoch! Es ist nur eine Scheißuhr drin! Hab ich doch gesagt, es seien Diamanten drin! Nein! Den Peck ich für hoch! Was? Was? Wieso soll ich nicht fluchen, du Arschloch? Hey, nicht fluchen! Habt ihr recht mit mir? Hör auf mit dem Scheiß! Ja, wer denn eigentlich auch nicht? Hey! Nein, es ist schlecht für die Harmonie! Schksäb! Zum Bauchheben, oder was? Nein, das ist so großartig! Sag mir mal was! Arschloch! Hey! Nein, 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 nein! Schlecht nicht du gewesen! Zuret die Scheiße! Entschuldigung! Entschuldigung! Ich bin ein verzauberter Papurgeist! Das ist ein Scheiß! Was? Was ein Blödsinn! Das ist kein Zwergling! Bist du euch misswehrt? Was hast du denn du? Was hast du denn du? Bostet die Luft aus! Au! Du bist doch so weh! Kamali! Ich bin nicht von dir gehalten, Bernd! Ich bin so der Zeich bei dem Scheiß! Du Armer! Im Gegensatz zu dir ist der zanft von mir! Oh, das geht jetzt nicht! Hör auf zu lächeln! Hör auf zu lächeln! Hör auf zu lächeln! Verzähl mir was von dir! Verzähl mir was von dir! Hör auf! Du bist mir ein Gänster! Oh, das ist jemand auch so süchtig! Scheiß! He! Entschuldigung! Eben! Du! Ja? Wie findest du, wie seh ich aus? Ich finde du hast ganz schöne Lippen! Schöne Lücken, schöne Lücken will ich küssen. Oh ja, gut in den Weg. Das ist doch so dumm. Meine Scheiße, meine Lücken. Das riecht doch tot und faul. Unabhängende Entschuldigung. Meine Lieben, die unbedingt laut haben, um damit noch verdammt nochmal Sturz zu machen. Gott, verdammt nochmal, das ist ja schon scheiße gehalten. Ja, ich bin atheistisch. Das ist doch knapp Ohrengeist. So ein Käse. Also, wisst du jetzt was wert für dich? Natürlich. Und wie viel? Das war ich sicher nicht dir. Frag ihn, wie viel erwähnt ist. Wenn ich dich frage, wie viel du wert bist. Fisch. Wenn du magst. Warum? Nichts Frage. Fisch. Hörst du deine Antworten? Fisch. 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 esse. Fisch. 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 Das ist nicht die Lose, unsere Hunde, die wir geklaut haben, um sie zu verkaufen. Ich wollte jetzt aber nicht verkaufen. Dann will ich meine Anzeigen. Ich will auch nicht. An dem Verkaufserlös. Ich verkauf's hier gar nicht. Du bist so strunzfähig. Du bist so unkauflichfähig. Du bist so strunzdoof. Ich glaube, jetzt war ja nicht verhinkt. Sorry. Schöne Hochzeit. Ruf so dumm zu. Jetzt kannst du mich noch fragen, wie viel wert ich bin. Wie viel ist wert? Genauso viel, wie du verdienst. Ich verdiene nicht. Ich arbeite ja gar nicht. Was würdest du mit mir auch nicht mehr machen müssen? Dreh mal oben, Anfang, Schluss. Wieso? Und jetzt schau in mein Portfolio. Ich mach ihn auch mal drühe. Ich so gierig beim kleinen Mann. Ich soll dafür eine lange Beziehung reichen. Ich kann nicht mehr. Ich sag nicht, ich bin mir. Ich kann nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ja, und jetzt ist sie kaputt. Sie haben keine Peigelt mehr. Also im neuesten Stand nicht mehr. Ich habe es auch schon mal probiert. Jetzt noch kurz, sonst kippt meine Frau zu viel Geld, dann verlässt sie mich noch. Ah, sie kriegt wohl gar nix. Also, gut. Haben Sie noch irgendwas, das in die Kette draus machen kann? So ein Anhänger, so ein Umhänger-Ding. Aber Sie haben doch jetzt gerade gehört, das Ding hat ne Seele. Ja, meine Frau hat auch ne Seele, na gut. Also, ich nehm das. Wie viel? Wie viel? Ich bin so wohl dabei. Hier sind 500 Franken. 500 Franken. Er verkauft es nicht. Es tut mir leid, aber diese Uhr hat gerade eine Seele und das hat, das bringt mir das her. Ich weiß ja nicht mal, ob diese Geschichte wahr ist, aber schon nur der Gedanke daran, dass sie wahr sein könnte, lässt mich daran hindern, wie er dieses Buch aufkommt. Es tut mir leid, aber alles andere können Sie haben. Ich habe keine Kaffee. Ich habe keine Kaffee. Ich habe keine Kaffee. Scheiße. 200 Franken. 500 Franken. Ja, aber wenn das wahr ist, das kannst du nicht verkaufen. Ja, darfst du die haben? Nein, aber nimm sie doch mit heute Abend. Doch. Mit dem Pult und der Uhr. Gegenteil. Oh ja. Ah ja. Guten Tag. Kettein. Kettein. Herr Müller, ja, Herr Müller, sie finden es wieder, ja? Haben Sie eine. Bitte, Herr Fühnder. Geht's bitte. Bitte, ja, natürlich. Rüdi? Ja, dann rüber dir. Ich brauche etwas. Ja, das sind natürlich. Sind Sie inklarieren? Ja, ja. Ja, das ist... Ja, krass, ja. Die haben wir hier vorbei gebracht. Hat sie noch nicht verkauft? Nein, ich bin noch nicht weggekommen. Aber es hat schon Internet gegeben. Ah, ja, ja. Ich würde dich kaufen. Ah, ja, ja. Wir haben zusammen geklaut, gell? Sie betalen sich. Ein Tag, ja. Schulklassen erst mal. Nein, zwei Wochen. Ah, nein. Ich habe ja schon die Wände gelaufen. Ich brauche jetzt etwas. Ja, Herr Meier. Meier. Oh. Ah. Hier. Doch nicht. Jetzt machen mich immer ein bisschen nervös, Herr Meier. Bitte nicht. Es ist kaputt, nicht? Also, ähm... Ja. Ich kann mich nicht entscheiden. Einfach schwierig. Wir haben so viele gute Sachen, nicht? Ähm... Vielleicht... Gibt sie... Gartenzwerge? Nein, ich... Ach. Aber jetzt muss ich sagen, das ist eine gute Idee. Könnte etwas für meine Frau brauchen. Gartenzwerge wird doch noch gut. Ah, ja. Dann... Ja, 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 ja. Das wäre schon gut. Aber ich habe dann nachher noch viel besser... Ha, 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 ha. Der hat... Wissen Sie, der hat gerade gestern ein kleines Mädchen vorbeigebracht. Sie war so enttäuscht. Ihr Vater hat das auf einer... Auf einer Kippie, wie Sie sagen. Geschossen. Ja. Mit dem Luftgewehr. Aber dann hat der Vater sie am Abend nicht zu ihrer Freundin gelassen. Sie übernachten. Und dann war sie nicht mehr. Ich bin doch der. Das ist die Kippie, denn ich? Ja. Irgendwann sind meine magischen Refte. Genug gross, dass du fliegst! Rache, das ist ein Essen! Komm gleich! Nicht gleich, jetzt sofort! Was hast du nicht mitgemacht? Du bist selbst gerade der Objekt! Wie kannst du meine Hand wieder ab? Ich bin gerade aufzumachen! Es wird kalt! Wenn ich zurückkomme, dann folgst du mir! Das ist immer das Gleiche mit dir! Ach, jetzt ab! Rache, meine Mutter hat sich wirklich so Mühe gegeben! Sie macht nicht so nichts lieber in der Sonne. Du kommst einfach gleich wieder gespannt! Das Essen wird kalt und dann ist die ganze Mühe! Stell dir vor, du hättest... Schau, wir hättest... Rache, jetzt komm mit dieser Mimik! Ich bin idiotischer, Rache! Rache, jetzt... Das ist... Respektlos gegenüber deiner Mutter! Und gegenüber mir! Rache, stell dir vor, du hättest wohl bei uns gekocht! Wie kennst du das, wenn wir einfach auf dem Zimmer bleiben? Ja, das Mal wie und ich bleiben! Einfach einmal in der Limmer auf dem Zimmer! Rache, das sowieso jeden Morgen! Papa, lass ab! Hast du das gehört? Hast du das gehört? Rache, du überbeten! Jetzt... Rache, du zeigst das Tischgebet heute! Wie der Gott im Himmel macht, dass meine magischen Kräfte endlich gut und stark werden, dass ich an der Stimme mit Weizen sein kann! Wie der Gott macht, dass der Bär meine Eltern verwandelt! Wie der Gott. Ich glaube, was geht dir! Wie der Gott? Nein! Ich versichere! Da, dann! Du bist nicht in der Mischung! Mümm, das ist nicht in der Mischung! Ich hab noch ein Baby Bande! Ich hab noch ein Baby Bande! Ahh! Tsch! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Ich hab noch Pane, ich hab noch mal in der Tsch! Ja, ich hab noch Pane, ich hab noch Pane, es ist auch mal nett! Tsch! Tsch! Das ist eine gute Idee! Lass! Ich hab noch Pane, ich hab noch mal Pane. Ich möchte das Bähle mit mir spielen! Was ist gerade was du bewegt? Tusch! Tusch! Und ich bin Weltkönigin! Bei diesen Flaschen erwacht die Kleidergarten aus dem Tag von uns wieder jedes Mal beim Bären. RONNIE! Jetzt riecht es ja bei Müll, trinkst du auch auf! Sie sind schon angekommen! Wir lassen dann sonst die Knöpfchen weg und dann hast du nur noch den Spinat! Das ist medical! Ich bin vorsichtig, wenn er noch kommt, ich färre! Dann hätten sie auch nie so einen Adoption! Das hat mich voll gehört! Der Flaschen ist ein K Henrik! SR. 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 Neun Franken, sagen Sie. Ja, und er gehört rein. Also, den würde ich nehmen. Den könnten Sie ja als Kasse zu bestellen. Dann nehmen Sie ihn doch. Ah ja, der ist versichert. Der lacht sich doch schon vorhanden. Tschau wieder. Der kuschelt pädagogisch nicht. Das wissen wir ja. Auffass ein Bild. Ja, das haben Sie ja auch so für dich. Nein. Nein, jetzt lassen Sie ab. Na, das steht Ihnen. Das wäre doch mal was. Ja, ja. Ja, ja. Schauen Sie mal weg nach Bode. Nein, 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 nein. Bitte nicht schliesspaar. Innen steht da für gut. Ja, das finde ich nicht anders. Was haben wir denn für einen Preis? Ja, das ist es. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Ah, 2.00. Ja, das ist es. Franken. Ja, auch für mich. Das finde ich super. Das ist auch ganz unproblematisch. Das Niedelnack Neude war noch vor zwei Monaten in der Ikea. Ja, das sehen ich. Das ist es. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Das ist es, was Sie? ula. Ja, das ist es. Was ist das, was Sie? Das ist es, was Sie? Das ist ja gut. Ja, das ist ziemlich nett. Nein. Nein, es ist nicht alle. Ja, ich bin alle. Die sind alle. Ja, ich bin alle. Meine Kuhl-Ginne. Ja. Ich wollte ja nie zu Ikea gehen. Aber irgendwie habe ich es nie zu mir geschafft. In der Schule wurde ich immer ausgelacht. Ich war der Einzige, der keinen Akademiker als Vater hatte. Du gehst nicht ins Gymnasium, du gehörst da nicht hin. Ich ging auch nicht lang ins Gymnasium. Uwe! Ich habe eine Frau angerufen. Das Kind ist da. Es ist auf dem direkten Weg. Also es ist ganz kurz vor da. Jetzt? Kann ich gehen? Geh einfach. Geh einfach. Geh. Marie! 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 Ho visto! Marie! No! Sie sind nicht klar. Sie sind nicht klar. Sie sind nicht klar. Sie sind nicht klar. Ich habe etwas. Ich kann mich stolz darauf sein. Papa, können wir das kaufen? Dann hat jemand Hotdog holen. Ist gut, bitte, ich mag, wenn du hierher seid, bitte Papa. Ja, ist gut, ja, ist gut, Roli. Nimm's. Bist du danach wirklich still? Ja, okay. Ja, aber nur einer das. Ja, ja. Seine Stille, geh dir auf! Du gehst aufs Gymnasium, ganz sicher. Bist du jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Weiß ich nicht. Ein Junge. Jetzt kommt das Auto, Papa! Ach, wie hast du vergessen? Ja, danke. Papa, ich hätte ja noch ein Auto. Jetzt fahren wir nach Hause. Wir können ja am... Und das schmeckt mich wie ein Auto. Papa, das schmeckt mich wie ein Auto. Papa! Du musst ja auch nicht essen. Essen! Olli! Soll noch ein McDonalds vorbei. Nun, du gehst mit dem McDonalds, Auto? Äh, fast. Ach, was? Papa, da kommt ein Auto auf uns zu. Papa! Das ist auch geil. Nein. Das ist auch geil. Nein. Nein. Ja, der Meier! Das ist doch wunderbar! Sehr schön. Sehr interessant. Kann ich noch sagen. Das ist die genügende Portion Tragödie für Sie. Das hat's für Sie, Herr Meier! Ja, ich finde auch für die zukünftige Verwendung, das ist ja mal gut mit Emotionen aufgeladen. Nein. Wenn Sie malen wollten, oder ich das kann mal da deponieren. Ja. Ähm. Seid ich sieben? Sie sind schon mit, das ist mein Selbst. Aber Sie können... Nicht, was Sie wissen, was das für einen Wert hat? Äh, dann kann ich doch. Weil es ist klein. Herr Meier! Herr Meier! Herr Meier! Herr Meier! Sie haben doch nicht Achtung... Sie haben doch nicht... Sie haben doch nicht... Sie haben doch nicht... Sie haben doch nicht... Also es soll niemand... Niemand soll da unterleiden. Ist das in Ordnung? Darunter nicht. Herr Meier! Herr Schlingel! Herr Meier! Herr Meier! Herr Meier! Herr Meier! Wenn Sie mir das versprechen, müssen Sie vier zahlen. Herr Meier! Herr Meier! Herr Meier! Ich weiß, was Sie dann abziehen. Jetzt passen Sie mal auf! Herr Meier! Herr Meier! Herr Meier! Ja! Herr Meier! Ja! Es würde mir das Herz brechen, wenn damit kleine Kinder... Ähm... Ja! Ja! Als möglicher! Ich brauche es zum Putzen! Seid mich, Herr Meier! Ja, ich verstehe es! Was denn? Was putzen Sie damit? Herr Putze! Welche? Ich brauche ich Putze! Oh Gott! Das ist kein Wunsch! ...und keine Wunsch! Herr Meier! Wo denn in meiner Wohnung? Ich brauche es! Ich brauche es! Ich brauche es! Ach okay! Ja, das tut ok! Ha! Ha! Oh, Herr Meier, sind Sie immer noch da. Ups, jeder schöne Vater ist schon wieder umgebracht. Dann sind Sie immer noch auf. Ja, dann wieder so mitkaufen. Muss gehen. Aber einen schönen Tag, Herr Meier. Danke, Deigwald. Also, Herr Meier, ich putze noch kurz. Was ist denn, Herr Meier, der... Was ist denn, Herr Meier, der... Wir haben ja Bild am Arsch, ja. Also, jetzt, Gaube. Ja. Irgendwie, ja. Wann, soll ich den Kinder? Sie, jetzt, woher Geld aufziehen? Ach, was, ey. Na, was, was, das war doch nicht... Ich hab mich für die kleinen Kinder ein bisschen reingefetzt. Vielleicht. So, ja, danke schön. Du, du bist auch ein Problem. Ja. Hoi, Eka. Du, du bist besser. Komm, Matsch, ich bin noch ein bisschen. Hallo, Eta. Erkennst du mich? Eta? Eta? Früchte und Essen sind gut für mein Vater, ich bin fit. Ah, natürlich, klar. Eta, für dich, für dich. Das ist, ich gebe dich nicht so militärhaft. Aha, militärhaft? Ja. Rudi. Du, lass... Ich bin gar nicht mehr. Du, aber die werden wir spielen. Die machen wir fertig, die werden wir spielen. Ja, mach sie fertig und... Und, und... Rudi, Rudi, ey. Ich wünsche dir eine Glückwünsche. Alles zusammen, das bringt vielleicht Glück in der Kante. Also, einmal... So, zu übertragen. Glück. Ja, in der Kante, in der Basel. Ja, siehe. Ich wünsche euch auch Glück. Die Glückwünsche, bleib den Zahnklass. Zeig's her! Ja, tschau. Ja, toll, toll. Ja. Ah, alle. Ciao. Ciao, Rudi. Ciao. Mach sie fertig. Also, Esther, tut mir leid. Ja, ich bin eigentlich eigentlich bei der Basel nachts und so. Ja, klar. Ich kann jetzt die perfekte... Du bist ja immer so dabei, weil der Fahrrad... Ja, aber ich finde, der Hut ist einfach nicht so eine Autorität. Aber ich weiß nicht, dass... Vielleicht... Aber das ist vielleicht zuhause, oder? Nein. Wirklich? Hey, wie? Mal. Klar, aber... Das ist nicht so deine Graz hier, aber ich... Haha, ich bin der Koch. Es geht. Ja. Es sieht wirklich aus wie ein Soldat. Danke mir. Ähm, ja. Dieser Helm. Machen wir mal drauf. Ja, warte. Ist es weh? Ich nicht. Ist nicht super. Mach mal noch die Nähe. Ach. Wer ist da? Ja, was? Nicht? Edgar. Hast du mich nicht noch nicht gedehren? Oh, nein. Bin ich so rabiat, Elsa? Das Behe. Weisst du, das Behe. Du kannst das Behe. Ja, ja, ja. BAM, 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 BAM! Du musst dir sagen, du kommst ja richtig auf dir rauf, ne? Weil die es erfassen hat. Ich habe ja gedacht, ich mache mal etwas anderes als immer nur so. Letztes Mal, die Bippe langs Sprung. Das vorletzte Mal, Prinzessin Lilipe. Das vorletzte Mal. Ich weiss, ja. Du warst aber immer so süß. Ich weiss, denn diese Hände hat mir etwa vor einem Jahr, ich habe bis jetzt noch niemanden genommen, vor einem Jahr ein alter Mann dabei gebracht, sein richtiger Schweizer, der ich wahrscheinlich selbst getragen habe. In Knie. Ja, ich habe mir da ein bisschen erzählt. Ja, ich habe mir da ein bisschen erzählt. Ja. 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 Ja, es hat Pumphi. Die Peter. Au. Und sie sind. Ouh. Und sie sind. Länger, die im Alter schien! Ja, also ich was sie jetzt noch nicht, und ich habe mir schon zwiebeli da! Länger, die sind sie denn da! 13 Jahre! Das war ein Affen, ja! Nun, das 5 Jahre! So, nee, ihr seid alles böbeli! Erste Zeit! Ja, ich wollte das nicht mehr durch. Ja, ja, haben Sie Erfahrung? Ja, ja. Oh, endlich! Oh nein! Ah, das ist gar ein Minböle! Das ist doch Minböle! Ah, das ist doch Minböle! Ah, das ist doch Minböle! Jetzt machen wir bald keine Minböle! Ich habe genug Minböle gemacht in meiner Zeit! Ah! Ah! Mach es jetzt kurz! Also, da kann ich es! Ah! Ich habe mich entspannen! Nicht so schnell gucken! Trotzdem noch ein Muskel-Donut! Ich glaube, es ist ein Kind! Sie machen uns das so gut allein! Ich möchte gerne mal einen Krieger! Äh! Ah! 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 Wie sind denn Schätz? Ich bin weg gewesen! Mal mal die Großen! Zweiten! Das ist ein Kind! Ja! 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 Das ist ein Teil weg! Wie sind das Kling? Ja! 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 Das ist ein riesiges! Um brennend! Buhlein, hei, gossem Mann! Buhle, geh, Ey, appeh! Wir haben alle Gekannen durch. Wir haben alle hin zu weissen Kühen. Seid Seid, nimmst du nicht! Halt, mach, lass! Halt, hol da! Du bist doch! Rauschen, da sie, wir leben! Jungs! Jungs, komm! Wir haben hier die beste verdammte Armee von der Welt! Wir haben nötig gekommen, da auf dem Unterland! Wir sind wie ein ganzes Schmiss und alle kriegen in die Berge, in die Tunnen, in der Leer! Was sag ich? Wir sind wie ein ganzes Schmiss und alle kriegen in die Berge, in die Tunnen, in der Leer! Ich war ein bisschen gerackt, hab ich doch hier schon! Die Korn, der mit willem, für unser Wild! Ausführ! Maus, ich ein Kick! Ach, ich weiß, was ist denn auch gemein? Du, du ich, du, 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 du! Ich will x2, du, 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 du! Ich hab' sowas nicht sein, das ist die nadie drauf, in die Augen! Ja, du, 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 du... Du exagierst, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Verstand ich! Der Schweizer wird hier voran! Was singen wir jetzt die Hülle? Alles zusammen, Lüge mit! Fein und Tero-Aptophram! Eins, zwei, drei! Die Blöken wird hier durch Wahrheit! Schau! Jetzt will ich hier in der Welt nicht! Ich habe den Hüse! Hervor an! Hervor an! Das ist die Schmerzen! Das ist normal, dass du das etwas auf die Prostata schläfst. Herr Kueber! Stimmt, ich habe mich ganz verbeiss. Herr Kueber! So, Herr Kueber! So, jetzt ziehen Sie sie wieder ab. Komm bitte! Komm bitte! Hau! Hau! Das ist wieder! Was ist hier? Ich habe mich schon wieder ab. Herr Kueber! Herr Kueber! Herr Kueber! Ciao, Fredi! Ich habe mich noch nicht mehr. Ich habe mich noch nicht mehr. Ich habe mich noch nicht mehr. Wir haben so kapituliert, haben wir so schön gehönt! Und jetzt! Ich muss lachen! Sieben Jahre! Sieben Jahre! Statt, ich wurde in Töne! Sieben Jahre war hier im Altersheim! Hin! 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 Aus! Ich kann mir jetzt so machen, Töne! Ach, Zürf! Ich mag nur ein Dümmer, aber fern! Hören Sie! Lauf ihr Sie mal mit! Lauf ihr Sie, Töne! Lauf ihr Sie, Töne! Und ihr wollt! Ich zähle ihn, Töne! Ich zähle ihn! Auf drei! Eins! Zwei! Trei! Töne! 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 Ich bin ja ein bisschen die Fiat-Neller, nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher, dass das Richtige ist für mich als Verkleidung. Es ist mir ein bisschen das Männrichtig. Vielleicht kriegt er etwas Schenliebliches. Und die Jacke kannst du dir von den Daumen tragen. Kannst du den Kaufen nehmen. Es ist vielleicht mal zwei. Bist du sicher? Kannst du das gerade machen? Ich weiß nicht, weil ich das gerade lieb. Es sagt, ich grabe dir. Hier steht das Ganze bestimmt. Will ich lieber mal halten? Was? Natürlich. Ja. Ich gucke nicht. Du hast es nicht so angehört, du wirst es. Ich habe es nicht an den Fassen. Wollt es jetzt? Nein. Ja. Na ja. Ja. Ich gucke dir alles. Du hast es so angehört, wie du es möchtest. Ja, aber ich mache es nicht an den Fassen. Komm. Ich kann mich nicht mehr... Ich war irgendwie nervös. Hab ich mich jetzt noch niemandem angezogen? Ja, ich kann nicht mehr. Immer so da, an der Bank gehabet und ich glaub, es hat sich nie jemandem getraut. Mir war's doch ganz recht, denn ich dachte, wenn schon, dann muss es jemand vielleicht... ...besonders sein. Ich hab noch nie... Und wann sei es hier, oder liebe? Ist gut, ist sie eng? Nein, ist gut. Jetzt sieht es wirklich... ...wir sieht wirklich toll aus. Sehr toll. Ich hab mir immer schon gewünscht... ...zu heiraten... ...in einem... ...mädlichstoss. Ja gut, schön... ...weisse... ...rosen Blätter und... ...und... ...konischerweise hat... ...mein Blutigam im Traum immer etwas geändert... ...und es gesehen... ...mit... ...hast du das Abends schon das vor? Vielleicht... ...vielleicht könnte man dir gerne Smoking nehmen... ...und dann könnte man auch noch etwas machen. So ganz toll, ja, wäre noch lustig. Vielleicht habe ich noch hinten rein. Das muss ich doch jetzt zeigen, ich meine, ich würde jetzt zeigen. Ich war noch nie mit mir an der Partner. Ich würde ja schon gerne mal bekommen. Ich würde ja schon, ich würde schon sehr sehen. Weißt du, dieses Kleid. Das war der erste Gegenstand, den ich in meinem Problem hatte. Vielen Dank. Also, ich bin bereit. Erste Nacht. Ich heirat. Ja, ich hätte. Ja, ich will. Ich finde es nicht komisch, wenn man das lieben will. Ich weiß nicht, warum musst du immer alles so extrem durchgeplant haben. Ich meine, jeder andere sieht seine Frau in der Hochzeitkleidung erst am Tag selber. Und wenn es mir nicht gefällt. Ich weiß nicht, ob ich noch immer. Ich meine, vielleicht kenne ich dich ja da nicht. Das wäre... Hier muss man doch immer alles so vorgeplant haben. Ich habe mir die Hochzeit ein bisschen anders vorgestellt. Komm, du hast ja gesagt und wir wissen, dass Menschen, die ich bin. Wir haben ja auch die Verlobung geübt. Nein, das wird immer so sein. So, 8, 1, die Hochzeit. Ich fände die Frau nicht an. Ich habe die Frau nicht an. Nein, ich weiß nicht. Ja. Ja. So. 1, 2, das Ehregen. 1, 2, das Ehregen. 2, 2, 2, 3. Ob FCB! Noch ein noch zwei. Akt 3? Kinder! Ich sieci! Menntunnatunnatunnatunnatunnet! Was ist mein Dinger, Chrissi? Was ist mein Dinger, Chrissi? Gibt's noch mal bitte! Können wir ein bisschen Ruhe haben, wir können den ganzen Tag arbeiten, bitte! Schau auf, wie super, du hast den ganzen Tag gearbeitet! Schau auf, wie super, du hast den ganzen Tag gearbeitet! Schau auf, wie du das Dinger schüttelst! Schau auf, schau auf! Schau auf, schau auf! Zuerst wirst du nur zwei Stunden haben, nachher wirst du mich machen einen Stundenplan, erst Chrissi wenden! Bidolin! Ach komm mal, der Schnuderbude, zwei Stunden, der geht uns nie mehr her! Dann ist er emotional! Nein, er geht's, Chrissi! Ich gehe nicht laufen! Ja, gerade, ich bin... Ich bin an unserem Gartenbad, ich bin immer gleich rufen, es ist voll scheisse! Ach, Chrissi, komm! Echt vier, bescheiden! Schau auf, schau auf! Schau auf, schau auf, schau auf! Schau auf, schau auf, schau auf! Schau auf, schau auf, schau auf, schau auf, schau auf! Schau auf, schau auf, schau auf, schau auf! Also du, nötigste Kinder! Ich will das Haus! Hätt du mir das jetzt geklärt? Werd ich das Auto? Ich! Warum kriegst du das Auto? Ich hab's bezahlt! Ich hab's für das Auto gearbeitet! Ich hab's bezahlt! Du unheilbare... Entenfurz! Fertig! Nein! Sie sind nicht gerade hilfreich! Nein! Wir haben nicht einen Mediator gezahlt, damit er 42 St. kostet und euch nach hinten kommt das Auto! Aber du sagst, ich bin zu schütteln aus meinen Elementen! Ich schluss, ich hab's geschafft! Ich schluss, ich hab's geschafft! Wir stecken sicher ganz viel Guenzigung, ich weiß! Es wirkt so, so schön flauschig. Schmeckt nach Lippi. Ich möchte mal. Weißt du was, ich habe heute Abend, ich habe nichts vor. Komm mal gern. Soll ich mich da noch vorbereiten? Sollen wir treffen? Entspannend. Entspannend. Eine halbe Stunde? Ich sage dann, ob ich noch was habe, damit ich auch ein bisschen mithalten kann mit dir. Ich möchte mal was klappen. Ja, das war nicht besser, das sitzt dir so gut. Ich bin großartig. Was ist das? Schau mir da. Ja. Schieß. In der Reiheze. Es wird mal, aus dem Herzer. Ja. Mach das Kohl? Ja. Findest du? Ja. Knopsi, ich bin netten. Ja, ich. Nimmst du mich nicht? Bitte. Ich hoffe, ihr seid langweilige Fußballfan. Da war die ganz klark am Morgen. Jetzt käme ich mich mal auf die Eier. Weißt du, Uli? Vielleicht hat dich mal alleine in den Angriff nehmen. Vielleicht hält es mir gut. Na komm, du hast mich jetzt seit vier Jahren nicht verkauft. In vier Jahren kommt jeder zeigte Kunde in den Laden und findet mich super. Heißt, warum? Du bist auch fliegbar, Uli, und ich... Nie verkaufst du mich! Ich verspreche dir, ich werde sie nicht mehr zurückhalten. Wenn das... wenn das gut läuft, dann... bin ich bereit, sich zu verkaufen. Das wär doch was. Okay. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Gleichfalls, Uli. Aber wenn du morgen ein bisschen später in den Laden kommst, dann wird es zu gehen. Ich wach für dich auf. Ich bin gut, Uli. Ich war mit der Anlage, Uli. Ich schrei jeden Abend den Laden auf. Dann kann ich dich jetzt alleine lassen. Toi, 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 Edgar. Danke, Uli. Mach's gut. Du auch. Kein Wunsch den Zylinder mitnehmen. Das passt gut in Hochzeitzeit. Stimmt. Danke, Uli. Oh. Naja. Das macht nichts. Komm, auf die Innere und Werte. Ja. 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 Entschuldige, Dean. Sind wir vielleicht doch jemanden? Nein. Okay. Ah. Ist ja nicht mehr. Dann bitte sich auch. Okay? Okay. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Bis morgen. Bis morgen. Haha. Okay. � canım. Ich bin. Ich bin. Angera. Ann Applaus